Hallo, dieses Video beschäftigt sich mit einem Detailproblem, nämlich wenn ich mehrere Data Frames habe, wie kann ich die zu einem zusammenlegen, wie kann ich sie kombinieren. In diesem Jupyter Notebook, das auch hier verfügbar ist und der Link ist unten angegeben in der Beschreibung, sieht man es gibt eigentlich zwei Arten, nämlich vertikal und horizontal. Was heißt das? Ich zeige das anhand eines Beispiels. Es gibt einmal die CONCAD Methode, wenn ich zwei Data Frames habe, die vorhanden sind und zwar diese Data Frames haben quasi dieselbe Struktur. Ich habe jeweils pro Person den Namen, Alter, Größe und Geburtsdatum gegeben. Im ersten Fall, im CSV-Fail habe ich fünf Personen, im zweiten habe ich zwei, aber es sind dieselben Spalten. Dann kann ich hergehen, schauen wir uns mal das Beweis an, hier sehe ich die Spalten. Dann kann ich mit CONCAD praktisch die Zeilen aneinander hängen. Das funktioniert so, ich gebe einfach eine Liste aller Data Frames an, das können natürlich auch mehr als zwei sein. Dann schreibe ich ignore index is gleich true, damit ganz einfach der Index im neuen Data Frame aktualisiert wird. Und wenn ich das ausführe, sehe ich genau das, was ich haben möchte, nämlich die ersten fünf kommen vom ersten CSV-Fail. Der zweite Teil, Frank und der Gerhard, kommen aus dem zweiten CSV-Fail. Wenn ich ignore index is true wegnehme, habe ich hier 0 bis 5 und dann fange ich wieder an bei 0 und 1. Das möchte ich aber natürlich nicht. Wie ist das, wenn ich eine zusätzliche Spalte hinzufügen möchte zu einem Data Frame? Da gibt es nicht CONCAD, sondern MERGE. Wir schauen uns das hier wieder an. Ich habe hier auch zwei Data Frames. Das zweite CSV-Fail, das zeige ich vielleicht hier, ist der Zusatz. Hier habe ich jetzt Personen-CSV, das sind vier Spalten. Und jetzt habe ich aber pro Person noch einmal zwei zusätzliche Spalten. Das wäre praktisch so, wie wenn ich zusätzliche Daten hineinbringe. Und wenn ich mir das anschaue, das, was wir uns gerade angeschaut haben, sehen wir hier das Data Frame. Das sind geladen und MERGE geht her, verbindet immer nur zwei Data Frames miteinander. Den ersten mit dem zweiten hier. Und da muss ich natürlich dazu sagen, naja, anhand welchen Kriterien, anhand welcher Spalte sollen denn die miteinander verbunden werden. Nachdem bei beiden der Name vorhanden ist, sage ich einfach, okay, er soll die Daten des zweiten dort einfügen, wo der Name gleich ist. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Ich habe hier jetzt einen Data Frame, wo ich die Daten des ersten CSV-Fails habe und die Spalten des zweiten. Das sind die zwei Grundprinzipien, wie man Data Frames kombinieren kann.